Du kommst mit Was haben wir hier drüben? Da muss der Wurf leben. Und ich auch. Jetzt gucken wir es. Schwer es jetzt. Ja, das ist nicht so. Ach so, ich habe jetzt eine Reihe. Das ist jetzt eine Reihe. Das ist ein Wurf. Ah, du bist ja schon in die andere Richtung, oder? Wo wäre ich weg? Der Würfel kommt hier hin, natürlich. Okay. Ah, weggefahren. Wer damit? Das hat man geschmeichert. Oh Gott. Ich brauche den Würfel. Ich brauche den Würfel. Ich brauche den Würfel. Du bist doch hoch. Ach, verdammte Kacke, ey. Hm. Warte mal, was weiß ich, wenn ich da bin. Okay, ich brauche noch was. Ach, fuck. Ich sage, nein, es endet, dass sie aktiviert. Ach, scheiße. Ah, das andere ist aktiviert. Okay. Ah, Mann, ey. Okay. Oh. Oh, ist nichts okay. Hm. Und dann würde ich auch nicht mit dir hin. Blöder. Oder doch, nee. Warte mal. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Wah, hm, 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 hm. Oh, nee, hm, hm. War toll. Wo konnte ich es machen? Und? Da bin der Scheißengefühl drüben. Ah, Mann. Wie war das? Oh, nee, hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist so schwer. Ich will ihn übernehmen. Okay. Hmm. Wie mache ich das denn jetzt? So scheiße, wau weh. Imole. Okay. Die Gäste werden. ologne, und das ist die Flur. Ein Beispiel. Ich bin die Flur. Die Flur sind die Flur. Ich bin die Flur. Das funktioniert nicht, mann. Ich muss den ja hier irgendwo drüber bekommen. Puh. Den anderen Würfel kriege ich nicht. Vielleicht auch was ich übersehen habe. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte mich mal zurück, wenn ich das geschafft habe. Hm, wir haben auch noch dabei, jetzt gibt es dich. Ich wollte mir eben gerade mal ein Video ansehen, aber da ist die Map anders aufgebaut. Ich musste doch eine Urkwürfel hier reinkriegen. Meine Güte. Ich muss mich nur noch da auch hier rein und äh... Ich muss mich nicht mehr aufgeben. Ich muss mich nicht mehr aufgeben. Hehehe Ow Ow Hmmmm 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 Oh 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 Also Ich hab selber nochmal geguckt Es gibt Also das ist hier wohl eine andere Version als es wie es mittlerweile gibt mit Advanced Modus Das ist ja wohl noch eine frühere Version Also ihr müsst hier ein Portal setzen, egal welche Farbe Dann einmal Hier Bei den Lichtdingern und Und dieser Würfel muss hier quasi auf diesem T-Stück quasi müsste da dran sein Das ist ja Warte mal Oh Ja So Ja Das ist ja Ja dass er da einmal hin zeigt dass er hier das tor verschiebt dann geht ihr setzt das portal kurz woanders sehen dass es hier frei ist geht durch damit die portal sitzen das kommt immer hier weiter vorliegen verschieben das portal gehen rein setzen das portal können hier raus und setzen hier ein portal hin ich bin so blöd ich habe das alte portal gesehen ja aber das ist was ich meine hier nochmal zurück wir brauchen hier also das portal brauchen wir schlaue schlaue setzen wir einmal ab so genau woanders hin so gehen wir rüber holen uns das ohr raus egal Aua einmal rüber schnappen wir den Q gehen damit rüber ach oh Gott und so halt und machen hier ach Gott so dann ist das im offenen da drauf das glaube ich mit dem Aua dann glaube ich das hier oh Gott ernsthaft jetzt leck mich am Arsch ich weiß weiß nicht ich habe dafür 20 min geguckt ich weiß nicht ist das video noch online ja ich habe gerade noch mal bei youtube geschaut hier aber hier ist das andere vision wenn man mal guckt es gibt Marco guck weil hier ist der laser da oben oder wo es hin muss ich habe das hier unten gehabt aber das wird dann eine version nicht rausnehmen verstehe ich nicht weiter gehts das ja ja wir brauchen eh beide portale am besten ist das erstmal noch hochfahren mit immer mal hier hin das ist einfacher fett ach den kommt mir doch im Arsch das war jetzt keine absicht die wollen eigentlich das orange da lassen hier der blau oder so wieder blieben warte mal da ist ein bisschen glück gelaufen ich weiß da ist das blaue eigentlich der letzte die 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 Was ist denn für F**k? Oh, das blaueste Wart. Ich bin über beide. Ist doch scheiße. Ich glaube, ich bin übernommen. Oh, F**k. Ich denke wir werden die Blöden Kammai verbrechen. Ohhhhh. Also wie gesagt, das ist wohl jetzt ne andere Version. Also der Version die ich gerade euch gezeigt habe, ist wohl im Advanced-Modus, was ich nicht gemacht habe, sondern das ist hier der Story-Modus, also wohl ne früherer Version gewesen. Ich denke, wir werden in der Clear für ein bisschen, aber ich kann nicht mehr zu den Final-Target haben, oder sogar lernen, was es ist. Was es ist, ist genug, dass es das Ding zu bringen, um die Toxic-Goop-Pump-Control in den Salt-Mines zu verbrechen. Activate an Engageous-Firewall. Ich habe ein Alarm in das Ding's Main-Frame. Es hat mich komplett verbrechen. Nummer vor philosopherisch. All diese Techniken. Wir sehen uns auch zu Madame und die Arme. Man sich nicht mehr Dragicere und das Ganze weiterfielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020